Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Analytik von Fetten. Vorgesehen ist es für den Grundkurs der Kursphasen der Gymnasien. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. Erstens der Begriff der Analyse. Zweitens Beschreibung von Fetten. Drittens Vorversuche für die Fettanalyse. Viertens Verseifung von Fetten. Und fünftens die Fettsäurebestimmung der Fette. Die Ergebnisse werden in Punkt 6 kurz zusammengefasst. Erstens Analyse. Im Regelfall hat man es bei der Analyse mit einem sogenannten Stoffgemisch zu tun. Dieses Stoffgemisch muss in Einzelstoffe zerlegt werden. Dafür verwendet man eine Stofftrennung. Die Einzelstoffe müssen in Reinstoffe zerlegt werden. Das geschieht durch eine sogenannte Reinigung oder Stoffreinigung. Und erst, wenn man es mit reinen Stoffen zu tun hat, werden sie der chemischen Analyse unterzogen. Mitunter jedoch ist es notwendig, Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.